Tag und Nacht spreche ich zu dir. Worte vom 26.02.2011 Tag und Nacht spreche ich zu dir, unaufhörlich. Jederzeit kannst du meine Stimme hören, auch jetzt, jetzt in diesem Moment. Der Heilige Geist ist in dir, ich bin in dir und ich spreche zu dir. Meine Stimme ist leise und sie wird nicht immer gehört. Die Welt ist laut. Die Welt ist beschäftigt und hört nicht auf meine Stimme. Sei nicht wie die Welt. Sei mein Kind, das zu meinen Füßen sitzt und mir zuhört. Und renne nicht weg, wenn ich dir auch mal Ermahnendes sagen muss. Liebe meine Stimme. Liebe meine Ermutigung und auch meine Ermahnung. Du wirst darin wachsen, schon jetzt. Ja, du wächst schon jetzt darin. Ich warte auf dich und sage dir nur so viel, wie du gerade ertragen kannst. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org Dort findest du weitere Artikel und Audio-Dateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audio-Dateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiter verbreiten. Zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc. Wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt